Hi Leute, ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein Video, weil wenn ich jetzt alles schreibe, was ich hier so erlebe und so ein Kram, dann muss ich Rechtschreibfehler korrigieren, dann hängt das irgendwie wieder Tage nach. Und so spontan, wie das jetzt gerade war, habe ich gesagt, haue ich es einfach raus. Ich will ein bisschen öfter so einfach im Video ein bisschen erklären, was passiert hier gerade, was passiert hier gerade mit Max Kugel liebt Brot, wie sind die Fortschritte, bis es überhaupt dann auch in der Stadt, wo ich es mache, passiert. Und ich bin ja in Berlin unterwegs, ich bin gerade beim Lakritz-Dealer hier in Kreuzberg gewesen. Und das Geniale war einfach, dass wir uns über Brot unterhalten haben, über meine Idee und sie mir einfach ein Packen Lakritz-Pulver mitgegeben hat und hat gesagt, hey, mach dir mal ein Lakritz-Brot, das wäre mega. Und das sind so Gespräche, die ich liebe, was einfach geil ist, was sich auf neue Ideen bringt. Und deshalb verhole ich das Pulver jetzt mit. Die nächsten Tage wird es noch spannend, was passiert und von daher einfach ein cooler Moment. Jetzt geht es ab zu Bonanza Coffee. Da kommt wieder der nächste Part, den wir brauchen für den Laden, dann ins Leben zu rufen. Und von daher werde ich mich melden und werde mich öfter in so einem Blog zu Wort melden, weil ich denke, wenn Leute posten oder filmen, wie irgendwelche Wunde auf Teppiche kacken und das interessant finden, dann kann ich genauso gut ein bisschen erzählen, was ich hier so mit meinem Laden vorhabe. Also, bis dann.